No matter how hard I try to Hä, was für ein Uhrensohn? Alter, dem schieß ich die fette Wampe auf. Da brauch ich noch zwei Zimmerwohnungen draus. Oh, herzlich willkommen bei unserem Let's Play. Liegt hier Gronkh, oder was? Entschuldigung, bin aber ein lustiger Bastard. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir, dieser Hurensohn, hat was total Gemeines zu mir gesagt. Ich hoffe, er stirbt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. Das kennen wir alle. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will ich es nicht aufhören. Entschuldigung, ich bin so unreif. Es ist einfach so doof. Ich habe gleich... Übrigens, Gronkh.shop im Browser eingeben. Schamlose Werbung. So, okay. Und das sieht aus wie Tic-Tac-Toe. Ja, ich glaube, dass ein Tic-Tac-Toe bei der Band zusammenfühlt. Oh Gott. Ich habe mich eingekackt. Ich kann nicht mehr normal laufen. Das ist jetzt aber ärgerlich. Äh, du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Lara, bitte. Schon wieder? Was jetzt? Lara, bitte. Lara, lass das doch mal jetzt. Ich glaube, das kleine blonde Mädchen waren wir damals, ne? Die hier gerade professionell im Schulklo gemobbt wird. Ich glaube, das waren wir. Catherine. Lucy und Catherine. Diese beiden Muschis. Muschis! Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Oh, geil. Internet ist weg. Wir warten mal ganz kurz. Ja, äh, Internet ist gerade weg. Wäre nett, wenn du auf Insta Kurznachrichten fallen lassen würdest, da ich zum Beispiel kein Twitter habe. Ich entschuldige mich auf YouTube ganz kurz. Du könntest mir vielleicht auch deine Telefonnummer geben, dann rufe ich dich an, wie die Dinge so aussehen. Vielleicht auch jeden Einzelnen. Es ist nicht so, dass man auf Twitter auch ohne Account gucken könnte, wenn es einen interessieren würde. Es ist schon so, dass ich den Leuten das hinbringen muss. Das ist viel, viel normaler, viel akzeptabler. Das, natürlich, man kennt es so. Vielleicht auch, wenn jemand kein Instagram hat, vielleicht könnte ich mir noch einen MySpace-Account machen und das da auch posten. Das wäre vielleicht ganz gut. Lara! Lara! Höh! Was? Da geh ich doch nicht runter! Bist du gescheuert? Ganz normale Streamer-Wohnung nach einer Woche. Höhöhö, Gott, für's Willen! Mach das doch nicht! Oh, wie geil! Oh, nöööö. Ich bin halt gefickt. Ah! Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Habe wohl schon immer Obst gemocht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hopp. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Wow. Das ist eine voll schöne Melodie. Man hat nichts gehört. Dieses Bettchen ist so klein. Aber schon mit Twitch-Cam. Hier noch ein Satz mit klein einfügen. Ich glaube, sie ist klein. Ich glaube, ich war mal klein. Als Baby war ich mal klein. War ich früher mal kleiner als heute? Oh, ein kleiner Ständer. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Ich habe es also für das Erste in einer der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten an meinem Lieblingsfoto versteckt. Warte mal. Der hat am Laptop einen Text geschrieben. Darüber, dass er einen Text geschrieben hat. Auf dem Notizblock. Den er versteckt hat. Und das schreibt er, dieses Versteck, weil das so sicher ist, schreibt er aber nochmal am Laptop trotzdem mal ins Notbett. Die Familie ist nicht so schlau, oder? Ich glaube, der Pilz hat viele super Kräfte, aber das da oben gehört nicht dazu. Das kommt mir bekannt vor. Was macht das denn hier draußen? Jo, gute Idee. Äh, gute Frage. Ich werde dich schlafen. Was ist das? Ein Shotgun. Dann lass mal deine Kräfte sehen. Gleich. Wenn der Badespaß vorbei ist. Welch eine Macht. Ja. Du wärst wirklich die perfekte Hülle für meine Eva gewesen. Ich spüre meinen Pilz. Ich bin keine scheiß Hülle. Oh, boy, 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 hallo, da sind wir wieder. Oh, wie gut. Wie gut war denn das fucking DLC? Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ist... Ich halt mal kurz meine Fresse. Das Lied ist geil. Warte. Wir reden gleich. Das Lied geht aber ganz schön lang. Ich will reden. Das Lied ist sehr cool, aber es geht ganz schön lang Das ist bestimmt die 10-Stunden-Version von YouTube Wie wir damit gespielt haben Ach, das ist einfach ein Würfel Es ist einfach Es ist einfach der Weißt du was? Mir reicht's Ich hab gehofft, da war eine Playzie drin oder eine Xbox oder irgendwas Ich verlasse das Haus Ich komm nie wieder Lass mich bitte raus jetzt hier Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube Stream geht natürlich weiter Ciao mit V Tschüss Ciao, ciao YouTube Mach's gut, ne Liebe Grüße vom Chat soll ich noch ausrichten, ne Und, äh, ja Schirio Horido Und Falera Schön war's Jetzt machen wir mal aus hier Ton Tschüss Bis zum nächsten Mal.